Am 12. September ist ein Kirchenseminar Familienstellen in Autschans in einer Festung, die vor 300 Jahren gebaut wurde. Ich lade euch ein in dieser schönen Kirche mit all diesen Begebenheiten und all diesen Schönheiten zusammen ein Familienaufstellungsseminar zu feiern. Anmeldungen bitte bei Robert Gerhard Niehe und ich freue mich, mit euch ein spannendes Seminar zu erleben und zu verleben. Bis dato. Ciao.